Söldner, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Käferlenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Käferlenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Kann ich verstehen. Warte. Kriusam. Meinst du, er könnte uns helfen? Ich glaube, er könnte. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldner? Ich habe von nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger Schwimm zwischen uns und der Chance, Käferlenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Käferlenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich weiß, wie es ist, wenn man Käferlenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Nun gut. Ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krané im Süden. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Jeder vergrabene Schatz hat... Tja, wir wissen... Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Oh, meine Belohnung! Komm schon! Oh, ich bin! Oh, ich bin! Oh, oh, oh. Ja 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 Die Kette ist da unten Komm schon. Das war's. Das war's. Das war's.